Hallo, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Was machen wir heute bei ROLI Backt & Koch? Heute steht auf dem Programm Apfelwaffeln. Ja Leute, Apfelwaffeln. Warum? Erstens, weil die klein und groß wirklich gut schmecken. Und zweitens, weil man Waffeln einfach eh viel zu selten macht. Die meisten haben so ein super Waffeleisen zu Hause, das staubt irgendwo vor sich hin, zu wenig benutzt. Warum? Waffeln schnell gemacht, lecker, ein Gedicht. Also, reden wir gleich drum rum, gehen wir in die Küche, machen einfach mal wieder leckere Apfelwaffeln. Los geht's! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.